Gott sei Dank nicht Na ja, bin ich fast wieder äh, ich will mir jetzt auf jeden Fall eine Raketenwaffe und eine Sniper und ich habe in den beiden Waffen fast keine Muni mehr ich glaube, ich gebe die Sniper dann weg es kann auch sein, dass das jetzt eine blöde Idee ist, aber ich gebe die Sniper jetzt weg und suche mir eine andere Ach was halbwegs akzeptable Waffe so genau, und jetzt sagen sie uns hier, wir müssen den Weg hier folgen Okay, ich habe wieder eine... wie hieß die BL? DLA Die MR? Ja, genau Fast dasselbe Gibt's die Waffe überhaupt? Keine Ahnung äh, Wasserkraftwerk von Flussbett aus Kunststoff? Ah, okay Die haben alle nur Pistels in der Hand, die Milizen Die verrecken eh Gut, dass du spoilest Ne, ne, man kann sie auch beschützen, aber bei mir sind die immer verrecken Das ist ein Moa und der hat gerade herumgepackt Halt! Allianz Landung! Ja Weil der gerade Moa war und auf einmal nicht mehr Auf einmal war er bei genau Okay, es ist weg! Ich hörte Schreie, oder? Bin ich da irgendwie gehörgestört? Ne, ne, passt schon Aha, passt schon, okay Da ist... Oh ja, genau, ich weiß was Uh, das ist doch dieses Okay Ne, ich bin da Ein riesiger Turm Das macht ein Nachrichten Neurten 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 Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Sprengladung platzieren Verteidige der Allianzen Neutralisierung Oh Gott! Das Ding feiert ja auf uns oder ist schon eine Elite er stirbte dann auch mal aber ich bin so glücklich ich bin so klug K.L.U.K K.L.U.G K.L.U.G das war ich jetzt discipline treten was ist das ich bist ich habe nicht die Sch Collins wir wollen gehen mein einen tust mein Wissler ich bin ja auf dem Turm um im Zweifel ich dienst nicht und soll man was schießt auf mich im Laufe des Norden auf mich hat auch bei den was geschossen war mit dem Mittel die LR der mehr mit der Kommen Schlechts Eliten töten oder doch gut doch durch mir der DMA geht es schon jahre nichts als gut Fahrer musste ganz Kopfschlüsse und Muster auf den Kopf ziehen ich mich so war erfolgreich ich wollte es nicht auch sein müssen wir wollen nicht erfolgreich ist der ist immer noch dort verdammt nun eigentlich ist im Atenung und die DL aber auch das Leben die Faskel statt mehr die DMA macht dann mehr schaden die Tod O Gott ich hatte gerade netter Grant begrüßt mit seinen zwei leuchtenden Granaten in der Hand er hat bei mir auch für die Kiel alles freie das sind nicht jetzt können wir nie mehr das ist nichts von das ist nichts von was du bist ja der Geilig auch fast er dann rennen weg danke um da verteidigen oh Gott jetzt müssen wir das Ding verteidigen das wird vor Ort kommen Jäger das sind die Ecke das weiß ich das wird vor Ort aber da oben sind geschützt weil ich das noch ja ja es sind Geschütze aber ich hatte die ganze Zeit abgeschossen die ich mir mit B-Raus reißen werde das geht dann mit RB bei mir ist es B-Achtem-Mann ist eine andere Steuerung oder ja ich hab so viel über die Steuerung gestellt ich habe alles auf den Nutzen Steuern gestellt kann auch als der Jäger hat mich einmal getroffen und ich war tot und vom Checkpoint aus was du bist auch tot ja hab ich doch gesagt Prozent habe ich was ich bin ja okay äh sind diesmal und gehen leck mich doch ja und sorry dass ich so verschnupft bin ich kann mich nicht aussuchen wenn ich gesund bin und wann nicht da unten die Jäger ich kümmere mich um die nicht sind schafft will ich schieße den zumindest versuch ich ja ich versuch's abzulenken oh mein Gott okay der eine der eine ist tot aber ich bin auch fast tot weil ich irgendwie gerade von das der eine ist hinter dem Felsen ja ja ich werde grad von allen Seiten abgeschossen das ist nicht zu leicht warte von da hinten kamen irgendwo Schüsse die sind jetzt weg okay ist jetzt noch irgendwo ja da ist ja ich habe einen hier ja gleich 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 Gott hab ihn tot ähm da hinten ist nur irgendwo was da da was gleich oder liegt man dafür was ist zwei hallo ich bin die Aachen ach so das ist das Mg wo ich auf dem Boden geworfen hat okay da hinten ist doch nichts oder ja ich glaube nie war das aber die habe ich jetzt auch schon eliminiert nicht und mit Norden ja oder auch nicht ich weiß das Dingenswäck ich habe keinen Bock drauf um wir müssen das noch immer verteidigen okay um ja ich komme aus dem Sauer kurz vor einer ach ich bin noch trotzdem nicht so alt da ist ein Medipack falls einer uns braucht das sind mehrere Medipacks das ist das da ich kümmere mich um die letzten ich kümmere mich um die letzten Eliten das da ist eine Sturmgewehr ab 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 die schädigen ab ab warum kann ich den entwerfen nicht aufnehmen da liegt doch so in der Nähe ist auch hier und dann hat man das hier kommt der Back ins Spiel das sind da hätte man vorher so war das steht er steht nämlich irgendwo da hat zumindest hier in der Stadt der Gestalt mit dem Blatt gilt und diese Gegner werden dann eben nicht gewesen ich bin die Schiffe so übertrieben schwer ja was ich nicht ganz schnell in sich als Gebiet also wenn die Schiffe nicht erst wird er wirklich leichter Nenners geschützt nicht erwerben nicht so weit kann man nicht werfen es gibt es geschützt ist nur jetzt gleich kaputt das so genau um ich schnapp mich ins Trelle der der externe lief so leicht das geschützt kaputt ist es ist toter plant ich habe im moment gar keine granaten und das wurde es noch nicht zu tun Prozent verdammt 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 in der Nähe befasst doch das sind mehrere hat nachladen nachladen nach nun der ziel gesnackt aber auch an mann mann ach mann liebte dann geschützt wird aber du bist schon recht nah gewesen oder es noch nicht heiliger flüchtig 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 ja genau bei den der den der den in gesteckten abend so ist die hier oben das war jetzt ganz gemein oder ich versuch es zumindest wenn ich zum überliebe das klappt um die Dörten im Leben seit wann ist da eine Liede genau genau mit dem Fokus Gewehr auf mich schießen Mordkling und nun und so hat er ich habe doch gerade die Elite weggemacht von Städte schon wieder da ich meine Meinung und noch eine der schwierigsten Stellen im Legende als in Legende das nochmals noch ein ich glaube ich bin alle Monomann müssen dagegen das ist das Bild und nun ich habe keine Muni mehr die Mönchengen vorwaffen müssen endlich wir sind ist das eigentlich ein Karabiner oder ist das eine weiterentwickelte Form von einem Karabiner oder gab es die da noch gar nicht? Denitiv. Hä, was wie? Das ist doch eigentlich so ein Typ aus Mitten im Leben, der will Definitiv sagen und dann sagt er die ganze Zeit nur Denitiv. Aha. Denitiv, Denitiv, ist ja egal. Karabiner, ja, es gibt Karabiner hier in Reach auf jeden Fall. Plasma-Karabiner. Der schießt mit so grünen Energiebill. Und ich bin wieder ruhig. Jackpot. Bildübertäubung. Siehst du das, Cat? Bestätigt. Empfange Livebilder von Noble 3 und Noble 6. von einem Allianz-Sturmtrupp. Das ist kein Sturmtrupp, das ist eine Invasionsarmee. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sofort handeln. Korrekt. Alle Spähtrupps, zurückziehen. Die Sonne geht bald auf und es wird ein langer Tag. Die Sonne geht bald auf. Secondrous-recht-Rheinz-Sturmtrupp. Die Entdeckung des Noble Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Vieri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winder und kontern an allen Fronten. Das Noble Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert, deren Ursprung ist noch unklar. Die Landezone wurde vermuten in der Zielrichtung der Führung Täter geschluckt. Die Zündung wartet nur auf uns. Verstanden, visiere den Pylonen an. Detonation in drei, zwei... Achtung! Haltet euch wieder fest! Sechs! Hörst du mich? Sechs! Alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Billonen aus. Das conneigte